Was glauben Sie, warum gehen die Sie so? Ich glaube, wegen der Freiheit. Wegen der Freiheit, die ich hier irgendwie über meine Person, über meine Persönlichkeit und auch natürlich über die Arbeit, die ich da mache, auch abgebe. An jemanden, der sonst im Büro sitzt, sich seine Krawatte immer binden muss, um irgendwie Geschäftsgespräche zu führen. Vielleicht gebe ich an denen was ab, um da irgendwie auch mal fünf gerade sein zu lassen. Das ist nur die Idee, warum die Leute mich lieb haben. Bist du einmal traurig auf der Welt? Sing fitze, watze, wie es dir gefällt. Dann kommen Freunde von alleine, sie singen alle mit dir, fitze, fatze, fitze, fatze, fitze, fitze, fatze. Ihr könnt mitsingen. Fitze, fitze, fatze. Pass auf, gleich, kommt, fitze, fitze. Vielleicht will man das auch gerne selber sein, weißt du? Wie Donald Duck oder Dagobert Duck wollen die Leute vielleicht sagen. Oder Arnold Schwarzenegger. Wollen auch welche sein, so, weißt du? Und dann gibt es eben welche, die wollen so wie ich sein. So frei, so frech, so. Kann ich nicht, oder so bescheuert, kann man auch sagen. Das Lachen kommt aus derselben Fabrik wie das Weinen. Also das richtige Lachen, das Herzhafte, das Unbewusste, das automatische Lachen. Und nicht das kokette Lachen, das manche Leute immer an den Tag legen, um nach außen hin zu wirken. Als hätten sie auch etwas verstanden. Von dem, worüber der Nachbar lacht. Aber das ist auch nicht schlimm, denn Lachen soll ja auch anstecken. Mir geht es scheiße. Meine Mutter ist hoch. Sie ist total beschissen. Wir müssen passen. Ja, passen. Wir müssen passen. Ja, wir müssen passen. Schauspielhaus Bochum, war das was für Sie, in das Theater zu kommen als Besonderheit? Ich fand es gut. Ich fand es gut, aber auch mal mit Menschen zusammenzuarbeiten. In einer anderen Form, also in einer ziemlich eigentlich gelösten Form zu proben. Und nicht dabei im Nacken zu haben, beispielsweise das Geld, wie es jetzt beim Film so ist. Da kann man ja nicht proben, da wird gedreht. Und im Theater ist das anders. Das ist liebevoller und das ist auch mehr mein Ding. Es ist ein Saustall. Räum es auf. Räum es auf. Es ist ein Saustall. Räum es auf. Räum es auf. Es ist ein Saustall. Räum es auf. Räum es auf. Wie ist es für Sie, Otto Krange, gehen? Ja, manchmal viel Arbeit. Eben hat man ganz viele Kinder. Also Kinder ist ja eine besondere Sache. Da muss man sich doch Zeit nehmen. Ist doch klar. Ja, man kann da viel von lernen. Die Sichtweise eines Kindes, die beeinflusst einen. Auch in seiner, also bei mir ist es so, in meiner künstlerischen Tätigkeit auf jeden Fall. Das ist eine Fantasie. Man kann viel Fantasie lernen oder wieder sich zurückerinnern, auch an seine eigene Kindheit. Ich küsste dich und sah an deinem Gesicht. Es hat gefunkt bei dir. Es hat gefunkt bei dir. Gefunkt! Liebe, das ist so wie eine Naturgewalt. Du drehst dich um und mir wird heiß und kalt. Es hat gefunkt bei mir. Liebe gehört zum Leben wie Sturm, Tod. Ich wollte gerade sagen Fußball. Aber das gehört wahrscheinlich auch dazu. Ich glaube, jetzt habe ich aber genug gesagt. Also meine Religion ist irgendwie sicherlich tief in mir drin. Für mich ist das, das Leben so zu nehmen, wie es ist und zu leben. Gott ist für mich alles Mögliche. Was? Ja, alles. Das Schicksal. Also dieses Vertrauen auf das Schicksal ist das einfach, glaube ich. Wenn man so vielleicht erzogen wurde oder durch äußere Eindrücke so geworden ist, dass man kein Selbstvertrauen haben kann, dann gibt es vielleicht keine andere Möglichkeit, als eben zu sagen, so, ich habe jetzt Selbstvertrauen, einfach das zu sagen. Und dann keine anderen mehr darunter leiden lassen. Denn die mit dem fehlenden Selbstvertrauen, die bringen ja immer dieses Leiden in die Welt, indem sie immer wieder hinterfragen, wer bin ich, wer bin ich, bin ich gut, bin ich gut. Das ist ja das Schlimme da dran. Das hat, glaube ich, auch viel mit Gottvertrauen zu tun. Also beide gehören einfach zusammen. Und auch mit Liebe. Das gehört alles zusammen. Und auch mit Liebe. Ja, aber wie kann ich Liebe lernen, wenn ich die nicht habe? Tja, wie kann ich Liebe lernen, wenn ich die nicht habe? Ja, indem du sagst. Du musst es einfach sagen. Ich muss sagen, ich habe Selbstvertrauen. Ich liebe jetzt. Ich liebe jetzt den oder die. Die liebe ich jetzt. Braucht die ja gar nicht zu wissen oder der. Ja? Ja. Oder ich liebe mich selbst. Damit fängt man an. So unvollkommen man so ist. Mit den Fehlern, die man gemacht hat. Und die man aber vielleicht dann irgendwann... Äh... Ja, man muss die akzeptieren. Aber ich kann nicht mehr sitzen. Ich akzeptiere aber, den Fehler gemacht zu haben, hier gesessen zu haben. Ah! Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Hälke, schaust du mal hier hoch? Ja. Hälke, nochmal hier. Ganz hoch. Hier ganz hoch. Kann ich jetzt raus? Ja. Kann ich jetzt raus?